Musik Wir sind geschockt über den Verlust eines Kunstwerkes. In einem Dortmunder Museum hat eine Putzfrau eine Schüssel gereinigt, die zu einer Kunstinstallation gehört und damit das Werk zerstört. Allerdings sieht es jetzt besser aus. Die Versicherung muss den Schaden regulieren. Ich nehme an, der Versicherungsvertreter kommt vorbei und macht das Ding wieder schmutzig. Das geht. Jeder ist ein Künstler. Es wäre natürlich eine Neuinterpretation, denn wirklich restaurieren lassen sich solche Originale nicht. Und es ist auch schön, dass Putzfrauen so viel von Kunst verstehen, dass sie sehen, was weg kann. Morgen geht's weiter.